Die Rote Armee Wenn die T-34 Panzer der Russen erst einmal die Oder überquert haben, werden sie mit den Deutschen kurzen Prozess machen. Der Hass der Russen ist verständlich. Immerhin haben in diesem Krieg 20 Millionen Russen ihr Leben verloren. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob die Deutschen diesen Krieg verlieren, die Frage ist wann. Sergeant Barnes, April 1945 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine unserer Maschinen ist in der Stadt abgestürzt. Sehen Sie, Flugpilot noch nicht. Holen Sie seine Dokumente. Los, wir warten hier. Geht蛇! Geht Geht Abwechslung! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. 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 Nein! Oh! Ah! Fuck! 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 Absolutely! I got it! … No! Ugh, but- Oh, I love that! What up I got my knowledge? u- Was ist das? Schuss! UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG 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 Für ihr Glück? Geh! Untertitelung des ZDF, 2020